Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Langsamster Ball Hier geht es um den langsamsten Ball der Welt Das Ganze ist eigentlich ein Schüler-Prank gewesen Also sprich, die Schüler haben mich reingelegt Aber die haben das auf eine so tolle und geistreiche Art gemacht Dass ich hier ein Video drüber mache Und den entsprechenden Schülern für die geniale Idee ein Plus verpasst habe Was haben sie gemacht? Die sollten einfach nur verschiedene Bälle mitbringen Wir wollten in der Stunde die gleichmäßig beschleunigte Bewegung untersuchen Das heißt, wir haben ganz einfach Die haben was unter die Tische drunter gelegt Damit die so ein bisschen schief stehen Ich habe jetzt hier einfach eine Sperrholzplatte Wo ich hier so einen kleinen gelben Keil Oder ein kleines gelbes Klötzchen drunter habe Und warum nur so wenig geneigt? Naja, à la Galilei Der hatte ja das Problem, dass er gar keine Ruhe Die Ruhe war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erfunden Und wenn ich das halt so eine schiefe Ebene habe Ist halt die Beschleunigung relativ gering Das heißt, ich kann ohne großen technischen Schnickschnack Ja, eigentlich sehr gut Messergebnisse produzieren Und dann habe ich die Schüler zu einem Tisch gerufen Und gezeigt, hier wunderbar Hier haben wir unseren Ball Und man sieht auch so schön, wie er immer schneller wird Man kann dann auch wunderbar Wenn man mehr in der Gruppe ist Immer einer ist für eine Zeit Und einen Punkt zuständig Wenn man dann vier Leute ist, hat man vier Messpunkte Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut So, und dann kam ich halt dazu Wie gesagt, hier der Ball, wunderbar Und dann haben sie gesagt Der Ball ist kaputt Also sowieso ist der kaputt Es sieht doch aus Und ist doch schön rund Und Naja Wie man sieht Sieht man, dass er sich bewegt Und Er bewegt sich halt nur Elendig langsam Und Naja Man sieht es eigentlich schon Er läuft aus Ich muss zugeben Ich habe es versucht nachzuwachen Die Schüler haben es besser gemacht Ich habe hier Man sieht das hier Vielleicht Da Ist Mir der Ball eigentlich gerissen Ich wollte hier nur ein kleines Loch drin haben Und ich habe hier Melasse Eingefügt Melasse ist so ein zähflüssiges Zeug Ist im Prinzip Zucker Und Das ist der normale Ball Und hier ist der sozusagen Präparierte Ball So, was passiert Also, dass man Sauerei macht Ich habe das mal versucht Im 3D-Drucker nachzubauen So sieht der Ball von innen aus Und wenn ich das versuche Hier runterrollen zu lassen Funktioniert es nicht Warum nicht? Weil Der Schwerpunkt Nicht in der Mitte liegt Sondern dadurch Dass der Ball Halbgefüllt ist Hier unten liegt Und dadurch kann das nicht herunterrollen Der Unterschied zwischen dem 3D-gedruckten Teil Und dem Ball ist allerdings Wenn das Ding jetzt so ein Stückchen runter Und so steht Bewegt sich die Melasse Wieder so Sodass der Ball wieder ein Stückchen rollen kann Solange bis die Melasse Sich wieder Sozusagen In den tiefsten Punkt des Balls Bewegt hat Und dann kann der Ball wieder ein Stückchen rollen Und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis Also Warne Sehr coole Geschichte So weit, so gut